Wahnsinn, Respekt an Marcel, dass er da nicht noch mal hinterher gesetzt hat, Wahnsinn, Wahnsinn. Das erinnert mich an George Foreman, der gesagt hat so, ich habe großen Respekt vor Mohammed Ali, den härtest geschlagten Kampf beim Rumble in the Jungle hat er nicht abgefeuert, weil guckt hier, er war schon K.O., er wusste, hier brauche ich nicht mehr nachzuschlagen und er hat gestoppt auf dem Weg dahin. Das war's, das war's.